Servus und grüß euch zu einer weiteren Folge Landwirtschaft Simulator 22. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben letztes Mal schon angekündigt oder angedroht, nein, wir werden jetzt hier mal etwas einkaufen gehen, das heißt, das heißt, die einen Dinger werden wir uns nur mieten. Wir brauchen mal das Tieflader, das war aber nicht der, oder? Ballensammelwagen war das da, genau, da nehmen wir den. Nehmen wir den Formtech oder nehmen wir den da mit den Klappen? Ich glaube, das, gut, die kann man wahrscheinlich runterklappen und da kann man sie draufklappen, aber ich glaube, dass der da, hm, nehmen wir den, der ist wahrscheinlich günstiger konfigurieren, da wirst du nicht viel da können. Ah ja, da kann man Aufbau noch ändern. Brauchen wir das? Nein. Mieten, ja. So, dann brauchen wir bei Digi-Ret einen Dolly. Breitreifen. Den da mal anmieten, ja. Und dann habe ich zuletzt gesagt, wir werden jetzt mal Ballen einkaufen, und zwar Strohballen, in deren auch mal sechs Stück. Hier werden wir auch Silageballen kaufen, da schlagen wir mal mit zwei Stück zu. Und hier werden wir Quaderballen Heu kaufen, auch da mal zwei Stück. Das Zeug steht auf dem Hof, nein, das ist der falsche, wenn wir nämlich mit dem jetzt hier mal beginnen. Und zwar, da ist der Dolly, oder? Ja. Ach, der hat nicht einmal ein Ding. Der hat eine normale Hängerkupplung. Ah, den hätte man gar nicht gebraucht. Das heißt, den Dolly können wir gleich wieder zurückgeben. Oder? Seht ihr das richtig? Der hat nicht mehr für Tieflohraber. Ah, da bin ich jetzt mit den Zielen durcheinander gekommen, gell? Das ist auch nicht schlecht, dann gehen wir gleich mal zum Händler. Ja, weg. Den brauchen wir gar nicht. So. Jetzt brauchen wir den Kollegen da. Das ist ja fast schon die richtigen Höhe, gell? Hier so viel nach unten noch vielleicht, so. Ich krieg's mir das Ding nochmal mitte an. Schauen wir trotzdem noch draußen, wenn wir die dann ein bisschen hinbekommen, dass wir das etwas daneben haben, aber da schaut es gut aus, oder? Da können wir die Zange noch ein bisschen weiter aufmachen, so Da! Die Rode, bisschen weiter nach oben Da! 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 Nicht den vorderen wegknicken, das ist natürlich blöd, wenn man es nicht richtig anpickst. Dann wird das auch nix mit dem gerade drauf verladen. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Boing. Boing. So, dann nehmen wir den nächsten aufs Korn. Da haben wir noch vier unten hier. Mann, das ist eigentlich Gurke. So, dann nehmen wir den nächsten aufs Korn. So. Vorwärts und Rückgöttskommode wechseln. Eieiei So Das ist glaube ich zwei unten oder? So und Das ist gleich zwei oben So Ob ich die Heil nach hinten bringe ich vor wie es zu bezweifeln Ob ich die Heil nach hinten bringe ich vor wie es zu bezweifeln Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Vielen Dank. So, am Hof haben wir es schon mal. So, und jetzt bei dem Sinne noch alles liegt vorne im Dreck. So. Gut, was machen wir jetzt als nächstes? Wir dürfen jetzt mal schnell den anderen Trecker hierher holen. Und dann probieren wir das wirklich mal aus, ob man einen Ballen direkt in die Maschinerie einbauen kann. Da kriegt ihr zum Beispiel einen Job bestellen, und zwar derer, hallo, derer, Job bestellen, frei, fort, noch hier, Feuer frei und los. In den steigen wir jetzt nochmal ein. Den hängen wir nämlich jetzt da vorne mal dran. Das steht eigentlich wichtig für... Gut, das ist natürlich jetzt doof. Da müssen wir jetzt... Nein, das können wir vielleicht... Test können wir nicht da vorbei. Ja. Das heißt, dann nehmen wir jetzt einmal die Silage von oben gleich runter, wenn der da ist. Den weißen Ballen. Und wir würden dahinter auch hinkommen. Wenn nicht, dann beladen wir mal die Silage gleich einmal runter. Das ist ja noch ein Schnurgelhäschen da. Ich glaube, man kann... Schauen wir mal, ob man diese Ballen da auch verwenden kann. Ich glaube nicht, dass man... Da hätten wir noch... Braucht man, glaube ich, noch Rundballen. Ich glaube, in die Fütterungsmaschine, wenn man die nicht reinkriegen. Ah, in die Einstreummaschine. So, hochheben. So, da ist jetzt die Frage, kann man den jetzt einfach da absetzen? So. Macht eben nicht, seht ihr das? Gut. Gut. Dann... Dort peckt oben eine... Fällst du wohl runter, ja? So, dann holen wir uns aber gleich den zweiten auch. Hoffentlich liegt der irgendwo, wo wir hinkommen. Dann holen wir den anderen einfach mal schnell um. Dann. Ja. Ja, vorher mal. Das ist sowieso der nächste der dann dran kommt, das wäre jetzt dann der nächste der dran kommt. Irgendwas überlädt er da jetzt, siehst du die Zahl läuft runter. Lädt er den jetzt in den Mischwagen rein? Ah, muss nicht rein kippen, gut. Aussteigen, Fahrzeugwechsel. Nur laden starten. Sehr gut, dann haben wir das da also drin. Silage, Stroh, perfekt. Stroh werden wir jetzt noch ein bisschen ändern. Die Taktik hätte jetzt beinahe gesagt. Müssen wir noch umkippen. Stroh haben wir immer mal, schauen wir mal. Na, rückwärts kommen. Irgendwo hat das doch vorhin übernommen. Weiter hoch geht nicht. Wie viel voll war jetzt der? 67 Prozent, das ist ja schon zu viel. So, I. 8000 Liter, da müssen wir aufpassen, wie groß das die Dinger sind, das uns verschenkt. Nämlich solche, da fällt es mir gerade auf scheinbar. So, jetzt füllen wir mal das noch ein. Jetzt pieksen wir mal den dann auf. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal den Einstreuwagen beladen mit Heu. Entschuldigung, mit Stroh. So. 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 Ich streue mir jetzt das Zeug da noch ein. So. 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 See ya' Wird das zu lange werden, bis wir das im Betrieb nicht mehr können. Heu werden wir kriegen, jetzt kein Problem, Silage muss ich schauen wie lange das dauert Silage ist der größte Haufen in dem ganzen Haufen Füllen wir noch einen Ballen Stroh, dann tun wir ihn da rein, dann werden wir den abhängen schon hier brauche ich dann an dem Einstreuwagen, dann nehmen wir nämlich an dem Einstreuwagen einmal den nächsten Strohballen beladen macht schon Spaß hier lustige Sachen das tut natürlich im Geldbeutel wege immer nicht, weil wir das ganze Jahr gecheatet haben aber nur so kann man das ganze mal erforschen dann müssen wir mal selber machen den Magneten was ist denn jetzt bei einer Struktur das ist ja nicht bei der Eisenmannsbrücke, ist kein PZB-Magnet ich habe vorhin jetzt eh was verschenkt von der Silage weil du musst immer einen Strohballen einfüllen jetzt ist das Ding nämlich eh voll bei 9000 Litern so, nein den hier brauchen wir die So, dann ist da schon einiges drinnen Das gucken wir uns jetzt mal direkt an, würde ich sagen Wir haben Heu, fast 16.000 Liter Silage 1.000 Liter Stroh 17.351 Liter Medialfutter ist auch drinnen Das heißt, wir werden noch einstreuen und dann können wir die Kühe runterbringen Dann kann ich nämlich den Bauern nach oben auch umbauen Das wird ja alles hervorragend Also, in diesem Sinne Damit haben wir mal aufgehört Und damit werden wir dann weitermachen Also mit dem da drüben Bis zur nächsten Folge Pfiat euch